hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den zwei viertel nach drei jack ist dabei ist mir einerlei und wen interessiert da brei eigentlich noch nee ich freue mich wir nehmen nämlich diesmal um exakt 19 35 auf das ist ungefähr anderthalb stunden früher und das lässt hoffen dass wir mehr als zwei folgen machen können um ein bisschen puffer zu haben für euch ihr lieben klar muss ich mich ins feuer rin stellen um was zu merken du müsstest am feuer stehen du dürftest jetzt kein frier symbol haben doch habe ich richtig so ja der cowboyhut mal aus meinst du das ist jetzt der punkt oder was du hast nicht nur einen mantel an oder du hast du hast nur eine eisenrüstung an dass du dir einen sack abfrierst ist mir ist ja noch kälter geworden hat der cowboyhut ein heat resistance jetzt bedeutet er kommen dann lassen sie mal hier oben reingehen und ja ja hier sachen machen hallo guten tag wo ist er denn hier unten hier links wollen wir den schnell mal zank 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 let's go aber wir sind keine gruppe na vielen dank ich hab ja du hast du schon gekriegt ich habe keine punkte bekommen das tut mir echt leid die quest hast du aber noch oder okay ich teile nochmal ja teile nochmal habe ich nicht habe ich nicht müsste ich geteilt haben ist auch so und jetzt hier auch das ausrufezeichen ja sehr gut erstmal looten dann nochmal clean ach komm direkt ja komm jetzt ja jetzt winst die autos oder nein der auf die hütte hallo oder ist eine kiste drin das wirklich das sind autoteile drin ja ja okay dann los und die tür ist sogar noch offen oder ist da schläft ja jemand hinter der tür hallo habe ich euch geweckt oder ist richtig party drin hallo und herzlich willkommen ich gucke drauf hier drin wo kommt ihr dann alle her wie habt ihr da rein ich töte mal für uns ja das ist gut für mich nicht so sicher wie krass unterschiedlich leicht die zombies sind ich spiele auf stufe 5 und hier auf 3 das ist total ungewohnt wie wenig feile man braucht aber ist es nicht nervig auf stufe 5 so viele feile einfach zu verfriemeln also wie geht er ums das ist jetzt irgendwie so semi cool okay weil wir hatten ja mal gefragt ob es schon mods gibt und so weiter und ich habe mir heute die aktuelle version des mod launchers installiert das selbst ist und da gibt es einiges zum beispiel darkness falls gibt es schon für die 17 eins ja cool und ein 2k texturen pack ich habe einen reifen gefunden war hier was hinter noch eine holz hallo schläft jemand ein konnt ich ablenken und zwei konnte ich ablenken und hier ist noch jemand schaffst du hast du noch hast du den ding ja habe ich kann sie die raus lenken ja ich habe übrigens gemerkt wenn du ein zombie einmal nach unten knetscht also nach unten schlägst der am boden liegt dann kannst du den permanent am boden halten mit schlägen also sofern du hast schläge zu auszuüben verteilen ja da ausdauer ja ja das was klaus ich habe einen rahmen gefunden und fahrrad das ist nein wenn ich schon längst ein fahrrad das war oder was super da oben doppelter boden oder nicht haben wahrscheinlich die zummis drauf und ja dann lassen wir probieren nochmal tanker aber schon ja hast du schon was nämlich mit ja gut dann reset muss ich hier kann jetzt machen jetzt nur habe ich aktiviert ja so wollen wir dann holen wir sie noch mal raus aufwachen okay wollen sie nicht die schlafen in der theke zu zweit also süß löffelstellung direkt tot jetzt stehen sie auf oder was jetzt heraus ja du hast schon recht also warum warum länger auf zombies einschlagen gerade bei so quests könnte es natürlich dann nervig sein ich habe jetzt ein fahrrad und das ist echt befreiend mit dem fahrrad fahren zu können das war also ich habe ja ich bin jetzt bei folge keine ahnung 45 habe ich schon aufgenommen auch immer die wieder die frage es kommt ja ganz oft in den youtube kommentaren warum sieht man folgen in deiner playlist die man nicht angucken kann an so einem kram ach so ja bei mir ist einfach ein fleißiger typ ne also es geht ja darum warum man folgen in der playlist hat die leute vielleicht noch nicht sehen können obwohl sie Bock haben ach du machst dann noch weiter ich mach die gleich jetzt hier okay alles klar dann lass ich mal durch jetzt sind es drei herren guck mal hier wie schön das spiel das ausgleich ja sehr gleichberechtigung gleichberechtigung auch bei den zombies schon hinzufügt dann seht ihr die als privat es hat nichts damit zu tun dass wir privat für uns videos zeigen sondern dass sie einfach später rauskommen also wir haben auch private videos aber die gehen euch nichts an das geht euch nichts an ja das war es jetzt sowas ja talk to the trader ja wir sollen wieder zurückfahren sagt das spiel das ist hier oben noch mal habe ich denn da gefunden rote blumen und chrysanthemensamen ok was machst du dafür sagen ich habe die füge um ja ist doch ja ja das nicht gut hier wieder weit gefunden da da ist noch was man darfst du wirklich was nutzen können ich glaube da stehen nur die zombies drauf du bildest du das ein oder nee darum ist noch was ich war gleich mal ganz kurz hier von dir die frau ok so nach der folge aber jetzt nicht mehr in der folge ja ja dazu habe ich nicht zu entscheiden wie erst ach so so hast du hier das ding ja ja ich lute gerade noch die mülsäcke die hier rumstehen oh ganz kleinen moment ja ich guck mal hier oben auf dem turm habe ich holz dabei habe ich ja wo kann man denn hier die leider setzen hat da so was ist los keine ahnung wieso nicht versuche mich gerade hier den turm hoch zu leitern was heißt denn den turm hoch leitern wo bist du ach da bist du irgendwas oben ist also das interessiert mich jetzt schon so ein bisschen sag mal hast du das gefühl dass diesen monat noch heat kommt der ist nur noch nächste woche der monat naja genau wenn diese folge läuft glaube ich auch nicht die haben doch auch gesagt dass also wenn man schon dementiert dass man ja nie januar gesagt hat dann wird da nicht mehr kommen meinst du dann sind das schon schutz behauptung ja genau übrigens wenn man eine wrench hat sollte man die reifen auseinander also wie jetzt mir zack 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 mal kurz ans feuerchen stellen oder frierst du nicht geht ich bin sowieso schlecht drauf wie das aussieht hier also rein von der stamina statt hier lassen wir zum trailer zurück mit dem fahrer zurückfahren ja dauert sowieso klaut bei mir dauert jetzt bestimmt länger wieso erstell die scheiße dann aber ich nur noch 34 stamina okay das low nicht so was zu essen hast du nicht haben wir ja glorreich ohne essen los ja ich hätte eine suppe die hätte ich aber vor der aufnahme gegessen also nicht vor der aufnahme ich habe jetzt bestimmt honig drin oder man ich bringe was meinst du keine ahnung besser als nichts oder nicht unwahr ja kann ich dir geben ich pack das hier in das nest rein oh nein nein das ist nicht gut wird ja warte 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 wo soll ich pack das hier in das nest rein den honig willst du ein rohes eisen hier rohes ei ja da habe ich den ins nest gepackt leben hast aber genügend weil sonst hätte ich eine tablette leben einfach nur noch 54 aber er wird eine blätter nehmen ich habe noch was zu trinken für dich hier dann in die tablette und trinken kann so sein das eier aber jetzt hast wir jetzt 100 trinken habe ich dann brauchst du jetzt nicht aber ja okay ja gut ja wenigstens ist also leben ist schon wieder da let's try it hat der honig was gebracht sehr wichtig verbranntes gebiet wer hat denn das entschieden wir sind uns aber einig dass wir neustart machen sofern ein update kommt mit neuem landschaftsgenerator oder ach so ja weil ich finde es echt ätzend also hier so viel zerstörtes biom ich bin die super kacke irgendwie habe ich kann sie jetzt hauptstraße ich ist doch noch ich habe schon wieder alarm arsch aber am arsch ich habe einen adler und das ein hund links von mir kommt da noch nicht schnuppert an dir noch nicht der adler ist interessanter aber wir sind da ja gut so mit viel glück können wir noch eine quest machen ist ja noch in der bob tatsächlich oh ein blaster cast reinforced klappt den kann ich mir selber machen ich nehme die zehn dein ernst was 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 kommt er hier warte komm hier ich kann mich bewegen blute du hast mich getötet äh hier bandage hab ich hab ich okay alles klar die kann man jetzt nicht looten oder doch doch ähm gib mal drinnen ab ich hab ähm zehn blaster cast das sieht aus wie ein splint ich hab Leather chest armor du such mal nimm doch achso eine neue quest annehmen willst du mal eine annehmen und mit mir teilen mach aber keinen burr genau mach aber nicht dieses burried bla 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 also kann man clear zombies sein was ist mit fetch ach das mei weißt du warum ich nicht rauskommt na guck mal aufm boden ok was ist mit fetch ja fetch ist gut nur nicht dieses burried äh weißt du die diese ja 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 schon klar nicht irgendwie äh ausbuddeln das ist ach so da ist eine ding eine kante das ist eine kante genau diese wahrscheinlich haben sie das irgendwie verändert oder so keine ahnung jetzt bitte jetzt hör mal auf da draußen gegen zu kloppen das ist auch unentspannt da draußen was soll denn das immer du was soll denn das immer du die Leute du die Leute die 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 hast du da jetzt angenommen was du geteilt hast ich hab das angenommen was ich geteilt hab im timer achso noch nicht ich muss das mal gucken immer das mal gucken na gehts nicht kaputt gehts nicht kaputt na wo ist er na was ist denn los oh ist er da ganz draußen der gegner ne das geht da geht nicht kaputt alles ok bei dir ne keine ahnung ich hab nur den ne ich glaub nicht dass du nur dass du nur irgendwas gemacht hast komm guck mich nochmal an ne ich möchte jetzt nicht ich guck hier ob es noch Sachen gibt shotgun choke let's go ne schöne Nahkampfaufnahme achso ja Entschuldigung ich hab Screenshots gemacht ahja ähm hast du was geteilt jetzt ja ja nein hast du nicht achso halt nicht natürlich teile jetzt nicht das Quest das Quest Fetch äh Sheer Quest nicht gemacht richtig sei doch mal leise ja das gibt's jo 1,8 wollen wir da direkt hinfahren wir haben 14 Uhr das können wir mal schaffen ey du musst doch essen achso dann lass uns nach hause fahren und den Kram erstmal nach hause bringen sagen wir unbedingt sogar leider kann man beim Trader nicht die das Fahrrad setzen so aber langsam müsste man ja zwischen Home und hier müssen wir doch fast jede Mine entschärft haben du solltest du denn nicht mal machen ich soll das hingekriegt haben ne ich bin ich setze da ganz auf deine Günste als der Minenspürhund sozusagen also ich versuche jetzt immer direkt straight zu fahren weil maximal kann ich ja noch 2,3 entschärfen und dann ich wäre dafür dass sie dein Geräusch nehmen für die Mine als Sound Sample ich hätte dieses billige Geräusch gemacht aber so als Player ja Hölcs Sturz Hölcs Sturz Sturz ich weiß schau es ist möglich wenn das korrekt ist nur dieser Mann kann das machen Ja, 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 ja. Na, den nächsten Stein haben wir kaputt gemacht, will ich. Ich will mal 78 langsam, wenn wir mal ein Fahrrad reparieren. Ich lass mal jetzt hier liegen. Das hat eh einen Schaden. Wie kann man das Fahrrad reparieren? Mit was denn? Höchstwahrscheinlich mit Forged Iron. Geh ich mal von vorne aus? Ich hab übrigens noch einen Lenker und noch einen Rahmen abgegriffen. Was? Was? Nur einen Reifen. So. Nee, lass mal so. Quatsch. Ich hab hier schon wieder 35 FPS. FPS? Ach, jetzt halt hier Leather Armor. Hast du Leather Armor oder was hast du für Armor? Hast du überhaupt Armor? Amor steigen. Padded Chest Armor hab ich und Iron Leg Armor. Ja, denn ich hab hier noch Leather Armor gekriegt, die kannst du nehmen. Amor hier oben in der großen Box. Ah, da hast du Waffen drin. Okay. Ja, ja. Dann kann ich das austauschen gegen meine West. Genau. Nehm ich getan. Dann lass ich dir aber da drin. Ja. Das kannst du tun. Boah, haben wir noch was zu essen? Das ist fantastisch. Ach, genau. Ich soll dir sagen, aber ich denk, du weißt es, dass du nicht immer so schnell miteinander essen sollst. Ich soll mehr warten. Ja, ja, ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Also, ich weiß das tatsächlich, ob ich es tue oder nicht. Das ist ja andere Sache. Ja, das spricht ja. Das geht mir ja ganz genau so. Ich hab nur gedacht, ich spreche es an, bevor wir dann so... Nein, das ist gut. Hätt's mal gesagt jetzt. So, jetzt hab ich neun Eis. Das wollte ich eigentlich. Wegen Essen jetzt? Genau. Unbedingt. Wieso? Turn on. Achso, neun. Ich brauch mehr Fleisch. Komm, ich mach mal ein bisschen gekochtes Fleisch, weil das bringt uns auf jeden Fall weiter. So, fünf Stück. Ähm, in der Wüste soll es übrigens ganz viel Eier geben. In der Wüste? Mhm. Okay. Ich mach mal in die Kiste diese Splints, die ich bekommen hab. Hast du noch Eisen oder Metall? Äh, Quatsch. Nur Elforged Iron, die du mir mal gegeben hast. Äh, und auch kein Lead und auch kein Brass, ne? Ne. Gut. Münzen hab ich die kann ich mal unten. Oh, das ist ne... Ne, Krishna. Kommt die rin? Ja. I heard that, I hear that. Hose? Ist die da drin? Ne. Da ist die doch. Doch, da ist die drin. Die ist drin? Oh, oh. Das ist nicht gut. Meinst du das? Ja, das Kreischen ist nicht gut. Das war ein Doppelschitz. Ist der tot? Naja, das ist down. Ja. Wir haben hier auf jeden Fall Richtung Nord... Nordwest haben wir drei. Und ich brauche unbedingt immer noch was zu essen. Alles klar. Das gleiche mal klären. Oh, so viel vorbei. Wollte sagen, ja. No problemo, Dudo. Gehen wir noch mal los, oder? Wir haben 16 Uhr, da können wir noch was reißen, oder? Obwohl... Da haben wir noch was zu essen noch. Ja, ich hab grad was angesetzt. Müsste... Beise durch. Haben wir hier noch irgendwas? Im Feuer. Nee, ist einer hochgekommen. Du hast die Klappe offen gelassen. Ich? Einer ist im Feuer. Zwei sind im Feuer. Ja. Nein, natürlich nicht du. Ich wollt' sagen. Kann ja nicht sein. Deine Schuld bin ich es. Natürlich. Ja, scheiße. Ich kann doch nicht sein. Ach nein, bist du ja gar nicht. Nee, nee, ich war nicht schuld. Wie kann man denn den Drahtesel reparieren? Frag ihn doch mal. Repair. Wahrscheinlich, wenn ich ihn... Wenn ich ihn in die Hand nehme. Klingt schwierig. Dann müsste ich das wahrscheinlich wie bei den anderen Gegenständen... Wo ist denn der? Ich hab da ja mal Knurren gehört. Müsste ich das doch genauso sehen, oder? Äh... Hm. Also richtig schnell geht mein Essen hier nicht hoch. Dein Essen nach oben? Du meinst deine Ausdauer? Ja. Ja, ja. Auch beim Essen. Wie viel ist denn dein Hunger auf welchem Level? 63 jetzt. 63? Na gut. Soll das vielleicht mal so auf die 140, 150 kommen, dann... Ja, eben. Ich hab ja schon drei Stück Fleisch. Ja, aber hast du gewartet? Es bringt ja nichts, die drei Stück gleichzeitig zu fressen. Nein, nein, nein. Ich hab immer eins nach dem anderen. Und hast gewartet, bis die Anzeige vom Essen nach oben ging? Das glaub ich nicht, wenn du bei 63 bist. Doch, doch. Ich war ja vorher bei 30, 40. Ach so, bei 30. Okay, alles klar. Dude, what the shit, da? Da. Und dein Leben ist aber... Dein Lebensbank ist auf 100. Der ist bei 97, aber ja. Okay, also nur nicht, dass er da diesen Skill hat. Wollen wir jetzt los machen? Hast du nochmal Fleisch angesetzt jetzt? Dann lass uns doch nochmal Fleisch ansetzen. Guck mal, ja. Ich würd ganz kurz gerne noch einmal das... Haben wir nicht noch was anderes aus der Korn? Hier ist aber Essen drin. Hier. Can of Salomon, Pies, Suppe, etc. Davon hab ich jetzt, weil die Essen schon. Ach so, okay. Jetzt zieh ich mir mal die Suppe rein. Bring mir nochmal was mit, irgendwie so ne Suppe oder so bitte. Diese Sardellen, oder? Sardellen. Aber kein Hundefutter, mein Freund. Da kannst du gleich, kannst du da... Hab ich jetzt mal schon gefressen. So, fahren wir los oder 17.10 ist jetzt zu... Oder wollen wir hier in der Umgebung noch was looten? Das war jetzt ganz schön weit weg noch, ne? Das ist 2,2 Kilometer. Ja, 2,2 Kilometer. Das wär eine Übernachtung JWD. Lass uns doch hier kurz. Und welches Gebäude? Sollten wir uns entscheiden. Haben wir ihn nicht... Wir waren noch hier vorne gleich. Ich bin hier bei The Forge. Okay. Schmelzmäßig, weil... Einbauen. Schmelzmäßig. You know? Okay. Hier, iss das mal. Ja, wir können hier oben das Gebäude uns machen. Kommen, diese Fabrikgebäude. Genau. Und ich glaube immer, da ist was zum Essen brennt, darum. Oh? Oh ja, lass uns das nehmen. Das Richtung Südosten. Äh, ja. Ne, doch. Kennen wir doch schon. Ja. Kennen wir doch schon. Peters Pub. Nee, ich meine hier ein Gebäude. Jetzt haben wir die Montierung verloren. That's great. Gehen wir hier durch den Wald, dann seh ich vielleicht was. Wo bist du denn jetzt? Genau, Peters Pub. Nee, okay. Peters Pub, du hast recht. Dann nehmen wir das Gebäude neben dran, oder? Dieses große Ding hier, ne? Ja. Es fängt an zu regnen. Danke, Spiel. Bei mir nicht. Was können wir natürlich machen können. Wir können uns hoch framen. Weil der gute Schlitz ist oben. Weil das irgendwas Rotes drin. Das habe ich auch gerade gesehen. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das ist rot. Ist das vielleicht so ein Pumuckl da? Ne, das war ja ein Mod. Pumuckl? Ne, das war ja ein Kaiser. Ja, ja, genau. Dieser große, dieser Hulk. Der Kaiser jetzt. Genau. So groß war er jetzt auch nicht. Hallo? Oh. Gott. Rrrr. 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 Was ist denn jetzt drin? Ich bin in die Haupteingang von rein. Hä? Hieß das zu? Ne, das war ja nicht. Ich Idiot. Äh, lauter. Ah, ja. Tja. Tja, ich würde sagen, wir arbeiten uns straight hoch, oder? Wir machen erst mal untere Etage, ja. Okay. Lass sie nicht von rumstehenden Zombies. Anlock. Hallo, machen sie bitte mal auf. Ich hätte sie mal auspacken sollen. Ah ja, da hinten ist ne Mutti. Hat sich schon den Weg rausgeframed hinter dir. Ah ja, alles klar. Ich meine, wir müssen jetzt sowieso aufpassen, ne? Die werden jetzt hier... Ah nee, hier kommt auch einer. Versuch die Kasse zu lehren. Ja, die ist ja offen. Also da ist ja nichts drin. Hey. Hä? Hä, was ist denn mit dem los? Ne, die Kasse hat eine komische Hitbox. Achso. Hinten ist noch einer, der kommt hier hoch gerade. Der hat sich da oben rausge... Hat es aber schön runtergedrückt, die Treppe. Empty, empty, empty. Und was drin? Ein Rock. Du warst doch der mit den Rocken. Ne, ich hatte den Rock extra ausgezogen. Oh, hier ist was. Hä? Hä? Das ist dann aber falsch rum. Wie meinst du mit falsch? Achso. Also, dass wir praktisch jetzt auf der anderen Seite sind, wo wir... Oh, normalerweise... Hä? Jetzt. Ich komm da nicht ran. Entschuldigung, ich hab dich mit der Spitze verwechselt. Ja, Kopfschmerzen. Außen nichts, ich versteh das nicht. Hä? Hier sind aber überall Spitzen. Ne, das kann nicht sein. Man kommt ja hier gar nicht anders rein. Und alles gedingsgelobelt. Alles defekt, ja. Ein Tresor wären hier, aber... Die Spitzen haben meinen vollsten Respekt, weil die irgendwie so ein bisschen... Hä? Na, die machen ein gut Aua. Ah ja, verstehe. Let's go. So. Ihr Lieben, während wir hier Türen aufklopfen, was werden wir in diesem Gebäude finden? Äh, wir sind am Ende einer Folge von die zwei, viertel nach drei. Wir sehen uns aber schon zur nächsten Folge wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. In der Videobeschreibung findet ihr jeweils den Link zu den... Superidee. Aber dann hast du hier dein rotes Zeichen, nämlich. Einen jeweils anderen Kanal, ja genau, war das Schild von hinten. Ähm, und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.